Hallo zusammen, mein Name ist Pascal Steiner und ich bin für das Facility Management bei der Artemis Immobilie AG zuständig. Ich zeige dir heute einige Tätigkeiten von einem Fachpersonenbetriebsunterhalt. Kommt doch mit! Als Fachpersonenbetriebsunterhalt ist man unter anderem für den Betrieb und Unterhalt von technischen Anlagen wie Heizung, Lüftung, Brandmelde oder Sprinkleranlagen verantwortlich. Nebst der technischen Anlagen ist man auch für die Reinigung im Gebäude und Grünanlagen in der Umgebung verantwortlich. Der Lernende, der zu uns kommt, kann erwarten ein sehr motiviertes Team und eine enge Begleitung und Unterstützung während der Lehrzeit. Man braucht ein technisches Verständnis und sollte körperlich belastbar sein, selbstständig sein und Verantwortung übernehmen. Das sind wichtige Voraussetzungen. Bei uns in den Immobilien hat man auch sehr viel Kontakt mit den Kunden, sprich mit unseren Mietern. Also sollte man auch soziale Kompetenzen mitbringen und kommunikativ sein. Ich hoffe, meine Vorstellung hat dir gefallen. Wenn du Interesse hast, dann bewirte dich doch noch heute bei der Franken Schweiz. Tschüss zusammen! Tschüss! 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 Vielen Dank.